So, wir befinden uns jetzt mittlerweile schon, so wie ich das zeitlich sehe, in einer neuen Folge, die, keine Ahnung, ich halte mich jetzt neuerdings zurück mit dem, äh, einfach so hübsch, ja genau, hübsch, ich geh da mal weiter fahren, so. Genau, ich halte mich jetzt neuerdings zurück mit den Aussagen, wann irgendwelche Folgen laufen, weil die letzte Folge, wo ich sagte, oh ja, die läuft Samstag, die lief am Sonntag und die Folge, die am Sonntag laufen sollte, die lief am Montag und, äh, ja, da kommt man sich dann doch ein bisschen dämlich vor, wenn man im Endeffekt alles irgendwie so völlig durcheinander, ähm, macht. So, ähm, apropos, ähm, wo, so, hat, achso, ja, das kann ich, äh, löschen, so, äh, ach hier, genau, äh, was ich, ähm, was ich da Lustiges letztens gesehen hab, ist, ähm, da gibt es so ein Spiel, so ein Kampfspiel, auf, äh, ich glaub, der Playstation 4, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wurde halt auf der Gamescom gezeigt, es ist da so ein Spiel, wo man, ähm, ja, wo man mithilfe von diesen, so, wir gehen jetzt übrigens im Hintergrund wieder in Highspeed-Farmen, wo man, ja, keinen Controller mehr hat, sondern man steuert seine Figur eben, indem man vor einer Kamera rumhüpft, und, äh, ja, sieht schon doch ein klein wenig bescheuert aus, muss ich sagen, und, äh, ich, also, ich könnte sowas nicht, also, dann, nee, also, ich mein, ich hab mich ja schon mit, mit der Wii, da gibt es so lustige Partyspiele, da gibt es hin und wieder so Partys, auf denen ich mich echt zum Affen gemacht hab, mit, mit dieser, mit dieser Wii-Mode da, wo man dann irgendwie zu so komischen Tanzspielen rumhüpft, oder, wo man irgendwie so andere Bewegungen mit dem Ding macht, aber, jetzt ohne so ein Teil in der Hand, also, wobei, bei der Playstation 4, ich glaube, da hat man wieder die Eistüte, Eistüte, war das, war das Playstation? Ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall dieses lustige Ding da mit dem leuchtenden Ball obendran. Ja, klar, warum man das Eistüte nennt, äh, ist eigentlich jedem klar. Weil's so aussieht wie eine, und weil's lustig so, wow, erstmal woanders gucken, hier in der Höhle. Alter, hau ab, du dämliches Skelett! So, ich hoffe übrigens, euch wird nicht schlecht, weil ich mich hier ständig umdrehe, weil in Highspeed, also zumindest so, wie ich das hier im Vorschaubildchen sehe, ich weiß nicht, ob ich hier 30 FPS hab in dem Vorschaubild, oh, schon wieder Gold, ähm, auf jeden Fall wird mir hier so leicht übel, wenn ich mir dazu angucke, wie ich da durch die Höhle rase, noch mehr Gold. Und, äh, also irgendwie, ähm, guckt euch mal die ganzen Pilze hier an, also, muss wohl das Braunpilz-Hauptquartier sein hier, höhöhö, XD. So, und weiter gefarmt. Ja, ähm, 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 ich wollte doch über irgendein Thema reden, oder? Äh, mal sehen. Ach ja, genau, dieses Kampfspiel mit Bewegungserkennung. Also, wie gesagt, für mich wäre das überhaupt nichts, aber ich weiß ja nicht, ob ihr vielleicht irgendwie, keine Ahnung, also, äh, ich weiß, ihr seid kommentarfaul, beziehungsweise, ähm, die 10 Leute, die dieses Video gucken, haben keinen Bock zu kommentieren, aber falls es vielleicht doch einer oder zwei dabei sein sollten, dann würde ich es nett finden, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ihr eher Playstation 4 mit so Eye-Toy, heißt das Eye-Toy? Nein, Eye-Toy war was anderes, oder? Auf jeden Fall, ob ihr eher so die, ähm, die Fans von der Playstation oder von der Xbox seid, also von den neuen Konsolen jetzt, und dementsprechend von diesen komischen Bewegungsgestenerkennungen und so ein Kram. Wobei, ich weiß gar nicht, war das die Playstation 4 mit dieser Bewegungserkennung, oder war das die... Doch, das war doch die Playstation 4, wo man dann in dem Controller so eine Art Roboter hatte, oder wo man dann so Roboter in seinen Controller laden konnte und so ein Quatsch. Also, wobei, ich sag mal so, für eine Party oder so ist das ja ganz lustig, aber so, naja, auf die Dauer so irgendwie den Controller zu schütteln, weil man da eine Flasche Sekt drin hat und, äh, dann, äh, ich sag mal so, dann spritzt der Controller mal eben schön irgendwie in die Gegend. Also, hallo? Uh, Diamanten! Schon wieder Diamanten, also ich, äh, ja, ha, ha, so. Juhu, noch mehr Diamanten! So, ha, 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 ordentlich Diamanten abgesahnt hier. Ah, ja, 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 das ist mal wieder schön. Normalerweise, wenn ich durch die Höhlen laufe, so stundenlang, kann man sich natürlich vorstellen, ich finde nie irgendwie Diamanten. Da ist noch ein bisschen Lapslazuli. Ähm, 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 mal sehen, äh... Ach ja, wo ich gerade so lustig rumschmatze. Ich hab letztens ein Cartoon gesehen, in dem ging es darum, also Cartoon im Sinne von, so, äh, Webcomic, da ging es darum, dass derjenige zu einem, äh, Kollegen sagte, stell dir mal vor, du wärst in einem Paralleluniversum, wo, ähm, wo Spinnenessen ganz normal wäre und du bist der Einzige, für den das eklig ist. Und, äh, sagen wir es mal so, ich dachte in dem Moment direkt daran, also für mich wäre das so vergleichbar mit zum Beispiel Austern. Ich finde es unheimlich eklig, wenn Leute Austern essen, weil es ist erstens so, es ist irgendwie schleimig und dann soll es angeblich, also ich hab nie welche gegessen. Also, alleine schon, wie die Dinger aussehen. Die sehen angeblich aus wie weibliche Geschlechtsorgane. Und da schlurft man dann dran, so. Hm. Bäh, ii, bäh. So, hau ab, Skelett. Noch ein Skelett, hau ab. Wo kommen die eigentlich her, wenn die Höhle da quasi zu Ende ist? Ja, ich weiß, die spawnen im Dunkeln, aber... So rein, rein praktisch gesehen wäre da eigentlich... Hallo? Also, ich geh doch auch nicht irgendwie so in den Keller und plötzlich steht mir da ein Skelett gegenüber, nur weil es im Keller dunkel ist. Ah, scheiß Creeper. So, kopfloser Zombie. Ich muss mal eben kurz den Monitor wieder anmachen, damit ich da auch was sehen kann. Ähm. Irgendwie wird mein Rechner, mit dem ich den Ton hier aufzeichne, unheimlich langsam. Also, ich weiß auch nicht, da ist noch ein altes Windows XP drauf. Und es hat so die Angewohnheit... Uch, was war denn das jetzt gerade? Logging in. Also, ich muss bei 1.35.53 mal eben kurz aufschreiben. Äh. Na, Stift. Wo war das? 1.35? 1.35. Äh. 53 oder so? Naja, auf jeden Fall muss ich mir das kurz mal aufschreiben, damit ich da entsprechend die Serverliste zensiere. Denn zu der damaligen Aufnahmezeit war ich noch nicht so... Also, ich hatte noch nicht da die entsprechenden IPs alle verborgen. Dementsprechend könntet ihr da vielleicht Server erkennen auf der Liste, die nicht so... Also, wirklich, ähm... Na, auf jeden Fall in dieser Parallelwelt. So, dieses Gedankenexperiment ist in dem Sinne, man befindet sich in einer Parallelwelt, in der alles auf den Millimeter exakt genauso ist, wie in der Welt, aus der man kommt. Nur, in dieser Welt ist es quasi üblich, Spinnen zu essen. Also, soll heißen, so jemand geht, so, keine Ahnung, eine Frau, anstatt, dass sie, wenn sie eine... Oh, noch mehr Gold. Wenn eine Frau eine Spinne sieht, anstatt dann irgendwie zu kreischen, Ah, eine Spinne, Hilfe! Und auf den Stuhl zu springen und dann quasi zu sagen, Los, du, du bist ein Mann, du musst die zertreten oder fangen oder sonst irgendwas damit tun. Stattdessen nimmt die Frau die Spinne und isst sie. Also, wenn man sich das mal vorstellt, Bäh, Igitt. Bäh, Spinnen, so knusper, knusper. So, mhm, jam, jam, jam. Na, auf jeden Fall geht es halt dabei darum, dass man sich dann entsprechend vorstellt, ähm, ja, du bist in diesem Universum und ich bin quasi die Person, die Austern, bäh, die das eklig findet und komischerweise haben alle anderen Leute kein Problem damit. Also, man könnte jetzt natürlich sagen, das ist, äh, ja, man könnte es natürlich auch aus der Sicht eines Vegetariers sehen. Ein Vegetarier, der zum Beispiel Fleisch eklig findet. Für die meisten Menschen würde es so sein, so, ja, Fleisch, hm, ah, okay, da ist ja irgendwo eine Kuh gestorben und dann, dann beißt man da rein in die Kuh und dann isst man das. Aber für einen Vegetarier kommt es dir quasi, also dem Vegetarier kommt es so vor, als würdest du irgendwelche Spinnen essen. So, und dann auch noch sagen, hm, lecker, Spinnen, warum isst du denn keine Spinnen? So, von wegen, ah ja, Spinnen sind doch total lecker. Ja, aber derjenige findet das total eklig. Und, äh, ja, ist halt nur eine Möglichkeit, um sich das ein bisschen besser vorzustellen für die Leute, die, äh, nicht so wirklich, naja, die nicht so eine gute Vorstellungskraft haben, sich nicht so gut in Leute hineinversetzen können vielleicht. So, und da ich jetzt wieder unheimlich viel gelabert habe, weiß ich auch nicht, was jetzt so noch, äh, mal sehen, wie lange habe ich denn noch bis zur nächsten Folge? Ja, irgendwie noch sieben Minuten, also, äh, okay, in sieben Minuten, da kriegt man noch irgendwie ein Thema rein. Mal sehen, was haben wir denn hier noch an Themen auf, äh, ich, ich notiere mir immer so nebenbei auf dem Handy Themen, wenn mir so Themen irgendwie auffallen, wenn man so, keine Ahnung, Artikel im Internet liest oder wenn man irgendwie so, äh, ja, mit sich mit Leuten unterhält oder zum Beispiel Videos auf YouTube guckt, dann fällt einem ja so auf, so, ah, ja, okay, so, ah. Wobei, das, das Thema, das Thema Gegenstände irgendwo hinstellen und dann vergessen, dass man sie da hingestellt hat, das ist mir so letztens passiert. Also, ich bin letztens in die Küche gegangen, wollte mir da ein Glas zu trinken holen, hab mir also, äh, die Flasche aus dem, äh, aus dem Kühlschrank genommen, die Flasche des Getränks, so, äh, ja, zuckerhaltige Limonade und hab mir mit der anderen Hand ein Glas aus dem Regal genommen, hab das Glas dann aber, weil das Telefon geklingelt hat, kurz abgestellt. Hab also das Telefon genommen, hab mir die Flasche unter die Achsel geklemmt, hab dann aber vergessen, das Glas wieder mitzunehmen. Bin also dann telefonierend wieder an den Rechner gegangen und merkte dann irgendwann so, während ich da saß, so, mhm, komisch, warum hab ich denn hier eine Flasche, wo hab ich denn mein Glas gelassen? Und in dem Moment hatte ich schon wieder komplett vergessen, dass ich das Glas irgendwo hingestellt hab und nicht mitgenommen hab. Ich hab also, ich hab also am Rechner überall geguckt, so, hä, so, hab ich hier irgendwie so, hier so auf dem Regal, hab ich irgendwie so daneben irgendwo was, also ich hab alles nach dem Glas abgesucht, bis ich dann irgendwann gemerkt hab, ich habe es im Flur auf die Heizung gestellt. Also, so, ich hab so einen kleinen Flur und da ist so eine Heizung. Und, also, von der Küche geht's in so einen kleinen Flur und dann geht's in das Zimmer mit dem Rechner. So, und auf diese Heizung habe ich quasi das Glas gestellt, weil das Telefon geklingelt hat. Und, ja, ich hab zum Glück in der Küche ein Telefon, das ist also kein Problem. Oh, da ist ein Creeper. Aber das, äh, interessante ist, dass ich mich absolut nicht mehr daran erinnern konnte, das Glas auf die Heizung gestellt zu haben. Also, das ist komplett weg, die Information. Und, das ist auch wieder so, was, ähm, das Gehirn, das verarscht uns. Ständig, permanent werden wir von unserem Gehirn verarscht. Und zwar, ja, also das Gehirn macht das jetzt nicht, um uns irgendwie zu schaden oder so, sondern, also, das Hirn macht es einfach nur, weil's, weil's halt einfacher ist. Also, ähm, ich weiß nicht, das würde hier wahrscheinlich zu weit reichen, wenn ich das noch in dieser Folge versuche zu besprechen, aber das Gehirn hat quasi einen, ich will mal sagen, einen Automatikmodus. Und dieser Automatikmodus des Gehirns ist äußerst energiesparend. Das heißt, quasi als würde euer Handy irgendwelche unnützen Dinge tun. Also, man spielt jetzt gerade nicht auf dem Spiel, nicht ein Spiel auf dem Handy, sondern man telefoniert mit dem Handy. Das Handy besitzt für die Telefonfunktion einen eigenen Prozessor. Das heißt, die Telefonfunktion Automatikmodus braucht keine, da muss der echte Prozessor nicht dran arbeiten, sondern da ist quasi ein zweiter Prozessor, der nur fürs Telefonieren da ist. Der ist nur dazu da, um Gesprächsdaten zu dekodieren und dir dann hörbar zu machen und umgekehrt, das, was du sagst, zu digitalisieren und quasi über die Antenne zu verschicken. Und genauso funktioniert das Gehirn auch. Das Gehirn hat solche, ich sag mal, Unterfunktionen, wo man im Endeffekt nicht groß drüber nachdenken muss. Und eine dieser Unterfunktionen ist, wenn das Telefon klingelt, wenn das Telefon klingelt, rangehen. Und das, was du gerade in der Hand hältst, zum Beispiel irgendwo abstellen, damit du das Telefon in die Hand nehmen kannst. Da das Gehirn in dem Moment im Automatikmodus ist, erinnerst du dich teilweise nicht mehr an die Dinge. Also, andere Frage. Liebe Zuschauer, erinnerst du dich daran, wie du das letzte Mal dir mit welcher Hand auf die Zahnbürste Zahnpasta gemacht hast? Also, denkt mal drüber nach. Ist euch das bewusst, wie ihr Zahnpasta auf die Zahnbürste macht? Oder passiert das so im Sinne von, so, ich gehe ins Bad, Zahnbürste in die Hand, Wasser an, Zahnpasta drauf, Wasser auf die Bürste putzen? Hat mal jemand drüber nachgedacht, wie er das wirklich macht? Also, man erinnert sich auch im Nachhinein nicht mehr daran, mit welcher Hand man jetzt die Zahnbürste gehalten hat und mit welcher Hand man die Zahnpasta drauf getan hat. Also, ja, das nur zum Thema Automatismus. Und, äh, ja. Also, wie gesagt, das Hirn besitzt diese sogenannte Energiesparfunktion. Und wenn das Gehirn irgendetwas tun muss, was es nicht automatisch kann, dann schaltet sich quasi das Bewusstsein dazu und man muss dann schon sich konzentrieren auf etwas. Also, wenn ich zum Beispiel Videos schneide, dann ist das so, bestimmte Tätigkeiten beim Videoschneiden mache ich ohne groß drüber nachzudenken. Wie gesagt, das Hirn schaltet in dem Moment in den Automatikmodus. Ich denke also nicht groß drüber nach, ob ich nun der, äh, ob ich nun auf die, auf die Videospur rechts klicke, äh, dann die Option zum Ton anpassen auswähle, auf der Nummerntastatur die 12 tippe und auf Enter drücke. Und, äh, darüber denke ich nicht großartig nach. Das heißt, wenn ich währenddessen abgelenkt werde von anderen Dingen, zum Beispiel das Telefon klingelt oder es klingelt an der Tür, dann komme ich wieder zurück an den Rechner, nachdem ich diese andere Tätigkeit getan habe. Und deswegen, weil das Hirn automatisch, also, mein Hirn wurde in dieser automatischen Tätigkeit unterbrochen. Also, weil normalerweise kommt, nachdem ich den Ton um 12 Dezibel angehoben habe, kommt normalerweise automatisch, dass ich auch den Audioeffekt des Limiters auf die Videospur ziehe, den ich vordefiniert habe, damit das Video nicht bei YouTube anfängt zu knacksen, wenn es zu laut ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.